Noch sieben Tage. Herzlich willkommen an der Grünwalder Straße. Allerbestes Fritz-Walter-Wetter hier auf dem Betzenberg. Wer ist wirklicher Favorit auf den Aufstieg? Verstappen hält! Klasse Parade! Überragend, was Früchte hier raushaut. Wer hat sich am besten verstärkt? Und wer bleibt im entscheidenden Moment cool genug? Wer verliert in der Hektik die Nerven? Also das ist mindestens gelb. Was macht denn Matu Vila da? Und das kann nur Rot sein. Es sind im Endeffekt Millimeter, die entscheiden. Der ist drin! Boah, ein irrsinniges Eigentor! Der Aufsteiger gleicht aus! Die dritte Liga bei Heisenbergs-Piefenfall. Die dritte Liga gewollt. Basel Wollt! Untertitelung des ZDF, 2020